Und auf geht's Also Leute bevor ihr fragt, die Modern Warfare Alpha ist online Es fühlt sich echt strange an Leute, muss man ganz ehrlich so sagen. Oh, das ist die Deagle glaube ich Mein Gott Hahaha, ne Mine. Ich hab dich gesehen Nice Oh mein Gott Leute. Ich kann gar nicht fassen, dass ich spielen kann. Ich finde es sieht definitiv nicht aus wie Modern Warfare Remastered, wenn ich ganz ehrlich bin Es sieht wirklich komplett neu aus. Wie ein Spiel, was man so noch nicht gesehen hat Der Waffensound ist Extrem bisher. Gefällt mir richtig gut. Ich glaube man muss sich einfach nur ein bisschen an das gewöhnen. Das ist nämlich definitiv was anderes jetzt Oh, ich habe so lange darauf gewartet, dass wir endlich was neues bekommen Black Ops 4 ist wirklich mittlerweile ausgelutscht Leute So, einer weniger Und zwei weniger Nice, nice. So was haben wir jetzt? Die AK-47. Ey, ich habe noch nicht einen an der Hand gehabt bisher Ihr könnt auf jeden Fall sliden. Ihr seht das. Ist auch gar nicht so wenig Oh mein Gott, der Rückstoß Der Rückstoß ist extrem Also der Rückstoß auf jetzt ein, zwei Waffen habe ich festgestellt. Die M13 war extrem Die AK ist extrem Selbst die Deagle hat Rückstoß, aber die Animation davon ist absolut geil Alter Man scopet so langsam rein. Das ist unfassbar Und am besten ist es eigentlich, wenn ihr ein Teammate habt, mit dem ihr kommunizieren könnt. Denn das ist wirklich ein Spiel Wo es darum geht, dass ihr gemeinsam arbeitet Es gibt auf jeden Fall wieder Visitenkarten Black Ops 4 lässt grüßen Bestimmt kann man die auch für viel Geld kaufen Ohne Radar im 2 gegen 2 ist nicht so schlimm Das ist also eine Pum Zwei Schuss nur und das war's. So easy geht das Und ihr seht 100 Schaden gemacht, eingetötet, das heißt es gibt genau 100 Leben Ob es besser wird als Black Ops 4? Das kann ich dir nicht sagen Äh, ich kann dir nur eins sagen. Es kann nicht schlechter werden als Black Ops 4 Das hat auch einen einfachen Grund Hahaha Black Ops 4 ist schon schlecht genug Also jetzt im Ernst, es kann nicht viel schlechter als Black Ops 4 sein. Egal was sie machen Okay man muss auf jeden Fall auf den Sound achten Du bist der letzte Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, das war knapp Oh mein Gott, ich bin ein Biest Ich glaub, ich glaub mir gefällt das Spiel Ich glaub mir gefällt das Spiel Also ist krass, ihr merkt wirklich, die Waffen die eine hohe Feuerrate haben, haben auch einen extremen Rückstoß Also es fühlt sich realistisch an Mir gefällt der Rückstoß der Waffen nicht so richtig, das ist mir zu viel Aber es sind jetzt auch Waffen ohne Aufsätze, sobald ich das sehe Das heißt, da muss man vielleicht noch mal ein bisschen abwarten Wie das aussieht Wenn da Aufsätze drauf sind Oh mein Gott, ich bin so gut Also gewöhnungsbedürftig ist das zu 100% Das ist halt was ganz anderes, Leute Aber 11 zu 2, die Runde lässt sich auf jeden Fall sehen Hier auf jeden Fall sehr geil für die Leute, die gerne hohe Empfindlichkeit spielen Ihr könnt bis 20 hoch gehen Also extrem viel Das ist jetzt nur ein Modus Bei einem Modus jetzt zu sagen, ob das Spiel gut oder schlecht ist, ist natürlich schwachsinnig Aber Ich glaube, es hat Potenzial, dass es gut wird Um ehrlich zu sein Aber der Rückstoß der Waffen, der gefällt mir noch gar nicht Da musst du richtig dran arbeiten Dass dir das nicht wegfliegt Na komm her Ah Kontakt Oh, der Rückstoß Alter Leute Die Waffe kickt überall hin Ne Oden Hier habe ich noch nicht gesehen Das mit dem schwarzen Bildschirm ist ein bisschen anstrengend Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoô Ist er auf 20 Spielen? Machen wir doch mal Oh Scheiße. Komm, eine machen doch auf 20. Also Leute, wer hier auf einer Sensi höher als 10 spielt, kann ich nur sagen, Rest in Peace. Aber komplett, so, oh mein Gott, cool ist mal an. Alter ist das schnell. Seht ihr, Kill gemacht auf 20. Absolut überragend. Oh, die MP7. Jeder, der mal Infinity Watch Spiele gespielt hat, weiß, dass sie geil ist. Ein paar Sekunden später. Da. Oh yes. Also so muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man so eine Runde klatscht oder so, das macht Spaß. Das bockt richtig. Okay, du blendest mich und stirbst trotzdem. Oh mein Gott, ich bin der beste Spieler der Welt. Also ich glaube, jeder von euch, der das Spiel ab morgen Abend dann entspannt zockt, wird am Wochenende seinen Spaß haben. Und ihr müsst bedenken, Jungs, die richtige Beta kommt ja noch. Digga. Bei ihm startet ein Airbus. Aber ich habe jetzt schon festgestellt, Leute, manche Leute campen tatsächlich, ne? Müssen wir euch mal vorstellen, weil 2 gegen 2 in der Alpha, wo man so viel testen will, Leute campen. Also Leute, ihr werdet auf jeden Fall genug Spaß haben. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich freue mich natürlich aber trotzdem auf die richtige Beta, wenn sie kommt in 2 Wochen, 3 Wochen. Ich sehe dich. Achso, mein Teammate ist abgehauen. Ja, okay. Machen wir halt eine Klatschrunde. 1 gegen 2. Okay. Ding, dann habe ich geflasht. Digga. Digga, wie sie am Campen sind. Oh, mein Gott. Wieso campt man in der Alpha? Guckt euch das an. Welcher Mensch campt in der Alpha-Version vom neuen Game? Aber dann wisst ihr meistens auch schon, wie die Leute nachher im richtigen Game spielen. Okay, Teammate, der Gegner hat 13 Leben, das schaffst du. Vielleicht schafft er es auch nicht. Also ich sage es euch, wenn die jetzt schon in der Alpha-Version spielen, dann wirklich viel Spaß. Slendium sagt das richtig. Nachher im richtigen Game. Es wird dann nicht viel besser. Vor allem, weil die Time-to-Kill jetzt einfach sehr niedrig ist, habt ihr eben das Problem, dass ihr sehr schnell weggekämpft werden könnt. Was ich jetzt festgestellt habe, mittlerweile, es ist wirklich, nennen wir es taktisch. Ich würde es eher schimmelig nennen, aber eure Entscheidung. Okay, anscheinend spiele ich jetzt 1 gegen 2. Hervorragend. So, einer. Oh, oh. Oh, oh. Großmuppen und dann in die Presse kriegen. Wollt ihr alle eine ehrliche Meinung haben oder eine, die euch beruhigt? Eine ehrliche Meinung? Also so eine Shappy-Meinung oder so eine YouTuber-Meinung? Die sowieso sagen, es ist alles perfekt. Es wird das beste COD aller Zeiten. Meine ehrliche Shappy-Meinung? Dann bitte jeder einmal, der noch nicht auf Like gedrückt hat, einmal auf Like drücken. Okay, also meine ehrliche Meinung, Leute. Es sieht cool aus. Die Waffen-Sounds gefallen mir wirklich gut. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Zum einen ist das natürlich nur ein 2 gegen 2 Modus. Der ist ja bekanntermaßen schon nicht so schnell wie eine öffentliche Beta. Aber. Ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel gut wird. Will ich ganz ehrlich sagen. Man muss abwarten. Aber ich habe nicht dieses. Alter, dieser Rückstoß. Ich habe nicht das Gefühl, wie ich zum Beispiel bei Ghost damals hatte. Oder bei Black Ops 3. Da habe ich das erste Mal gespielt. Und da hat es sich einfach genial angefühlt. Und hier ist es eher so. Ich freue mich auf was Neues. Ich freue mich, dass wir endlich was Neues haben. Aber. Es ist jetzt aber auch schwer. Es ist nur ein 2 gegen 2 Modus. Wie man sich bewegt, gefällt mir erstmal. Das ist, die Lebensregeneration dürfte ein bisschen schneller sein. Wie schnell man reinzoomt, dürfte ein bisschen schneller sein. Aber ansonsten kann man glaube ich Spaß haben. Und ihr müsst bedenken, genau, es ist eine Alpha. Wir sind hier noch nicht am Ende der Fahnenstange. Da kann noch richtig was dazu kommen, Leute. Keiner sagt, dass das Spiel jetzt hier irgendwie vorbei ist. Panic Knifen gibt es auch nicht. Das dürfte einige von euch beruhigen. Also es ist vieles komisch. Es fühlt sich vieles anders an. Aber das ist ja das, was Infinity Ward ganz, ganz groß sich auf die Karte geschrieben hat. Sie wollten ja was anderes machen. Und das haben sie definitiv, habe ich so das Gefühl, jetzt hier geschafft. Ob das jetzt super wird oder nicht, das sehen wir später. Oh, Headshot. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Dann sehen wir uns morgen zum Livestream auf jeden Fall. Und denkt dran, macht die Plays an und zackt ein bisschen.